Schönen guten Tag, wir berichten hier live vom Haus der Feuerwehrjugend. Stefan, Sie sind an Bord. Warum tut man sowas? Was? Weil es geil ist. Weil es einfach was Kalt ist und eiskalt und Fitsch und Krebse und alles. Das allerärgste ist aber das. Warum tut man sowas? Das ist das allerärgste. Und warum tut man sowas? Warum tut man das nicht? Ich mach das jetzt schon. Das ist ein Vortrag. Ich hab mich noch nicht rein. Das ist geil. Man fängt einmal an und kann nicht mehr aufhören. Ich will schicken. Ach so, so ist das. Man fängt einmal an und kann nicht mehr aufhören. Das ist eine Sucht. Die Sucht nach kalten Wasser. Nach eiskalten Wasser. Man merkt auch, hier gibt es viele Zuschauer. Ich bin der Zuschauer heute, was mir gut zu passen. Hochgesen. Es ist sehr heiß. Es sind viele Gänse, die da fliegen. Wir sind in Gefahr.